moin leute willkommen zu einer weiteren wieder auf meinem kanal mit dabei ist heute der erzieher hallo richtig motiviert danke dass ich ein blog bugge wir spielen mal wieder klassisch skywars verpiss dich danke so wie gesagt wir spielen wir mal klassisch eine runde skywars einfach so dies das ich habe in diesem video nicht viel anzutalken ich werde so die kills zusammenschneiden blabla und was mit meinem namen und so auf sich hat erfahrt ihr in einem anderen video weil ich ehrlich gesagt habe jetzt keine lust ist hier in dem video zu erzählen und viel spaß vier enderperlen die kommt nicht an oha easy easy gedroppt easy unten ist keiner mehr das auch sonst zwei okay aber die hole ich denke ich mal der andere schlicht von unten der ist immer schlecht oh mein gott alter was was für eine runde man so wir machen danach noch eine da haben wir auch schon gewonnen meine Freunde okay ich würde sagen wir machen noch eine zweite runde weil die war ein bisschen lame da waren nicht so viele gegner dann sind wir auch in der party gg und bis gleich ja leute da sind wir in der zweiten runde nochmal auf derselben map und jetzt sind ein paar mehr leute in dieser runde zum glück okay es sind noch ein paar in der mitte kommst du in die mitte oder ich habe keine enderperle okay kann mich aber rüber bauen so erstmal die leute hier einsperren versuchen oh doch ich habe meine enderperlen so ich muss mir gerade mal das schwert geben hier sind ein paar leute in der mitte das könnte költisch werden ähm ich stecke mich mal eben so ein bisschen als ob mann als ob du gerade gegen die kacke geworfen hast jetzt ja Junge mach mich voll traurig Junge zweimal Dirk am Anfang gestorben das ist schon gut meine Freunde schon sehr gut so ich würde mal sagen wir gehen jetzt auch schon Dirk da hoch wir jeppen und holen uns den Gegner hier wo ist der denn? komm mal her mein Freund mein Herr gut du Arschloch ich wollte den Kill machen fick ich mit der nehme ich nicht mehr auf nicht als ob der gestorben ist ah ne ist er nicht guter ist er saltix mein Freund so sehr schöne schöne Kill genau pass auf ah Leute ist es schlecht auf der anderen Insel sind auch ein paar zwei die 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 bauen sich mit Slipes rüber jetzt mit Glas in meinem texture pack sieht man das Glas so GG da haben wir wieder mal ein Double Key Easy hier ich habe fast unter mir den Slime aufgebaut das wäre peinlich gewesen du bist 8 du bist 852 star ja schon wenn ich seit so einen Sack lögst dann weißt du was ja ich habe da ist jemand da sind zwei auf deiner Insel mhm 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 der eine der andere auch also Schuhe Hose und der andere hat Schuhe Helm ich muss doch ganz kurz schauen wie ich das jetzt hier machen soll nicht mit mir mein Freund ja ok doch vielleicht Junge ich bin tot Junge ihr was ja Leute sind wir in der dritten Runde jetzt weil die zweite Runde eben war ja ein bisschen fail aber ist nicht so schlimm so wir sind auch dritten in der Mitte ähm ich komme zurück wenn ich gelootet habe alles ja dann soll ich schon einen Weg bauen ja aber ein bisschen hoch gebaut haben ja so ich habe jetzt alles gelotet ja ok nice ich habe einen Gericht gut dass ich nicht legge aber ich legge halt echt nicht ok so mhm ich komme jetzt weg perfekt ich habe eine Deerhose für dich hier ähm eine Deerhose habe ich auch noch für dich alles gut jetzt hier oder bist du muted oder so alles gut ok weil ich habe den Dings ausgemacht weil es nervt in der Aufnahme aber so ein bisschen diese Sky enabled und bla 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 so das ist ein Sinn doch so ein Gino lass dir mal versuchen zu klatschen ja ich habe halt nur eine Steinachse ne was dann macht ihr ja ein Deershade hier ja ich habe kein Holz dann ich habe auch kein Holz nice ja warte hier noch mehr Glas für dich dankeschön so erstmal peace halt dein Maulsohn talks du Hurensohn ich habe Schneeballer willst du welche haben? tut mir leid tut mir leid grüß an dich sass auf ganz ruhig mein Freund ich mache ihn nach verzieh rein ja gg ja gg Gino addet mich als Friend nehmen wir doch mal an easy easy willst du Cross Party? nachher danke nachher genau das ähm so die Runde sollten wir eigentlich gewinnen wenn wir es nicht all zu schlecht spielen ja ok ähm gern weg aber das bekommen wir hin im Moment auf jeden Fall erstmal Frieden ja ja Gino grüß an dich du kleiner Kerrin na Erzieher was ist gg dann wird die Runde gewonnen ok meine Freunde ich hoffe euch hat das Video gefallen shop er jetzt hier bei hast du einen Youtube Kanal? shop er jetzt hier bei Link ist unten in der Beschreibung bis dann ciao konnichiwa